Tja, mit den Krähen hängst du da im Baum. Wir tanzen mit den Krähen. Tja, was kämpfst du da auch? Mittendrin? Wie machst du das? Geilste Bug ever. Du musst disconnecten, Bitch. Ich kann dich nicht kühlen. Wer hat den längeren Atem? Wer hat den längeren Atem? Habe ich auch noch nie gehabt. Den Bug hier. Geh doch raus, du Bitch. Du hast verloren. Ich habe gewonnen. Oh. So ein Scheiß. Das war ein lustiger Bug, aber... Das ist doch kacke so. Warum sind die anderen beiden... Disconnected. Die Huren. Ich kann mir in Ruhe die Karte aufnehmen. Ja, viel Spaß. Hm. Du hast auch den Kopf. Ich kann die nicht erwischen. Die hängt da drin. In ihrer Kackstellung hängt sie doch fest. Schön, ne? Erzähl mir mal was aus deinem Leben. Ja, so damals, als es noch jung und schön war... war ich auf vielen Partys. Ich war begehrt von vielen, vielen Männern. Und dann... kam der Teufel. Er nahm mich mit zu sich. Und sagte, spiel ein Spiel mit mir. Ein wunderbares Spiel. Ja, dein Arsch ist schön. Oh. Nein. Ich kann dich nicht erledigen. Du hängst da drin. Was? Langsam war das Spiel, du. Du siehst gar nicht gut aus, als hättest du Schmerzen. Richtig übel. Ganz böse. Aua. Tut das weh? Ja, okay. Du hast nicht...